So, hier mein kleines Problem mit meiner ATM, mit meinem Boot. Also ich habe einen Wegpunkt gesetzt, wie man hier auch sieht, er visiert den auch an. Bloß er dreht sich nur im Kreis auf der Stelle, also er entfernt sich immer weiter und irgendwie scheint er das Ganze irgendwie nicht zu packen. Das ganze Boot ist da hinten, wenn man das so ein bisschen sieht, es eiert da eigentlich rum. So, auf der Stelle, macht vorwärts, rückwärts, ich keine Ahnung, wo es hin will. Ähm, hier, das sieht man so schlecht, da ist eigentlich der Wegpunkt gesetzt, da steht auch eine Markerpose, aber das sieht man nicht. Ähm, ja, und es eiert und eiert und eiert und eiert immer weiter, also, hm, ich weiß es nicht, vielleicht hat ja einer von euch eine Problemlösung. Es handelt sich halt um ein zweimotoriges Boot, ich habe auch dieses Skid Stairout, habe ich auch eingestellt, also die Steuerung, das Fahren, das geht alles über die APM. Aber irgendwie scheint er nicht irgendwie zu diesem Wegpunkt hinfahren zu können. Keine Ahnung, woran das liegt, vielleicht hat der irgendeine Idee. Ich denke, das reicht. Vielen Dank.